Da hab ich das Ding ja. Damit kann man viel Scheiße machen. Merk ich schon. Fuck. Soll ich schon mal? Hä? Ich hab schon den Finger auf den gerichtet, dass du stirbst. Du Arsch. Wir müssen doch schon so automatisch gehen. Nein, das ist ja jetzt noch so ein Gag für Weihnachten. Schaden. 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 Hätten einfach mit runterfahren sollen. Nein. Warum nicht? Nein. Nicht? Okay, schade. Sei doch ruhig, du Arschgesicht. Schade, dass man in so einem Bonuslevel, wenn man runterfällt, auch nicht so ein Leben verliert. Ja, fick dich. Ist klar. Okay, wir haben ja schon öfters passiert. Ja. Sondern das war bei dem schnellen Geisterlevel da, wo ich dann noch zu früh gesprungen wäre. Was? Wird tier zu früh? Ja, das ist so. Spring. Tot! Wow. Du stirbst aber vorhin noch, weil du mit dem Bienen hier nicht klarkommst. Tö, tö, tö. Oh. Oh. Ich glaube, ich tu dem mal andersrum dann. Er hat so komische Stoffhaare. Wuschel, Wuschel. wuschel wuschel schaffe ich das nicht doch ein bisschen ja sicher super normal ich kann auch mit den flügeln ich habe keine kannst du machen damit der macht man nicht einfach und es wird getroffen gerade gerade schadet das sind alle die du getötet hat und als geister geworden und einer lebendig jetzt stirbst du wieder was ist verreckt also richtig schön verreckt auch kommen anstatt dahin zu springen und unter ihnen zu stehen zu bleiben nein das ist ja blöd da falle ich immer runter ja ich fall da immer wirklich runter aber ich da zu dumm bin für ich habe kein gemacht ich habe den boxy nicht geboxt dann machst du jetzt ne mach ne mach das war mal laut das ding ist ärmer ich glaube das füllen wir jetzt in jedem spiel ein komm wir holen uns doch so nippel bohrt mit du bist behindert du bist bekloppt genau das auch noch ja so eine behinderte lache und mein nein genau nein 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 das kann man bestimmt sich bauen nippel bohrt 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 ich glaube mir klingt dein level einfach nur ab dein mannakein? dein level nein nein doch doch komm her du eier mann doch ich weiß ernsthaft nicht heute doch das was ich geholt ja schlecht er hat schon einen krummen kopf wer hat einen krummen kopf du glaub ich schon zu oft geboxt und jetzt hat er keine krummen kopf mehr hat die höhe hatten viel zu früh am auf und zu spielen aber nur ein tic du hast ein tick hoher hoffentlich ist das gleich zu laut mit der aufnahme mit dem ding ja wo ich es getestet habe war es auch nicht zu laut mit special effects machst du da weil ich wollte weil ich wollte ganz eigentlich schon fliegen nehmen kannst du ja noch nicht so ich bin ich gleich abschütze ladenzell deswegen dein leben ich meine ich wäre ja so sozial gewesen habe genauso viele wie du gerade noch ich habe 4 mit 0 nein hast du nicht im stil dreht wieder richtig offen ich bin es lustig ja ich komme ja schon mann über deine unsterblichkeit eben nicht gewesen oder um verwundbarkeit nicht um verwundbarkeit ja als die die verloren hast oder in einer unverwundbarkeit hast du nicht getroffen jetzt für moment stirb ja weißt du gehst schon von rechts an links denkst du kommst du kommst du kommst du nicht kommst du kommst du nicht kommt du kommst du nicht und getroffen jetzt gestorben jetzt stirb es aber wieder doch nicht der arsch hat es geschafft wow den 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 ne du weißt ja bescheid wo ich bin ne 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 dauern wir wenn ich wissen die deine ne 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 Blablabla, schon wieder geschafft! Ja? 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 Okay. Nein! Das war knapp hier. Alter, Cento, du übertreibst es jetzt auch. Das war zu spät. Mann, ich hab rechtzeitig gedrückt, das war das ja. Das sagen alle. Der hat nur zu spät reagiert. Ja, 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 ja.